Im Büro, auf der Arbeit oder bei einem netten TV-Abend auf der Couch ist sie plötzlich da, die Idee. Eine Melodie, eine Phrase, der eine Beat. Aber ist es überhaupt wirklich deine Idee? Oder ist es vielleicht nur die Idee eines anderen? Du gehst ins Studio und versuchst, diese Idee zu reproduzieren. Alles, was du tust, ist das, was du aus den Maschinen rausholst, zu vergleichen. Ja, nein, passt es zu meiner Idee oder nicht? Das ist kein intuitiver Prozess. Um Musik zu machen, brauchst du Intuition und die kommt aus dir raus. Verwechsle also niemals die Idee der anderen mit deiner eigenen. Wenn du im Studio bist, arbeite an einer Baseline, höre auf den Sound. Versuche, ein Gespräch mit deiner Emotion und den Maschinen stattfinden zu lassen. Ideen kommen aus dir und entstehen im Studio, nicht abends auf der Couch. In den Phasen, wo du viel Musik produzierst, hörst du am besten nicht so viel Musik von den anderen. Vor allem nicht, wenn sie genregleich ist. Denn sie verfremdet deine eigene Musik. Sie gaukelt dir vor, deine Idee zu sein, obwohl sie die Idee eines anderen ist. Beim Musik machen hörst du stets auf dein Inneres. Die beste Musik, die du machen kannst, kommt auch aus dir raus. Und das ist die Intuition, die du benötigst, um kreativ zu arbeiten. Das war mein Tipp am Dienstag, euer Björn.